Ich hoffe, dass wir ohne Angst spielen können und dass wir einen freien Kopf haben können und dass wir alles in dem Spiel geben können und nicht Konsequenzen denken. Morgen ist das wichtig, und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für ein gutes Spiel. Wir haben Bremen gesehen, die letzten zwei, drei Spiele, und haben Kontrolle über Bremen, aber das Wichtigste ist der erste FC Köln morgen. Nein, ich glaube, das war zwei Tage mit Ruhe und dass wir zusammen auf die ganze Tage, dann konnten wir sprechen über Detalien am Platz und vielleicht andere Dinge. Teambilding zusammen machen und alles versuchen für eine gute Leistung zu machen am Samstag. Es ist ein sportlicher Kampf mit anderen Stürmern. Im Moment ist die anderen im Trainer-Auge vorne für dieses Spiel. Es ist das erste Mal in unseren neun, zehn Monaten zusammen, dass eine Entscheidung gegen Nova ging. Das muss er akzeptieren und weiter kämpfen für den Verein. Ich habe immer gesagt, dass der Verein größer ist als ein oder zwei oder drei Spiele. Das ist auch so für Novakowitsch.